Sarah Lombardi steht gerade mitten im Umzugsstress. Die Sängerin zieht in eine neue Wohnung und lässt ihre Follower auf Instagram stetig am Prozess teilhaben. Vom Kistenpacken bis hin zum Möbelkauf. Viele Fans glauben, dass Sarah mit ihrem neuen Freund, dem Fußballer Julian Büscher, in eine gemeinsame Wohnung zieht. Die Beziehung der beiden ist mittlerweile schließlich kein Geheimnis mehr und allem Anschein nach wirken die beiden überglücklich. In einem Live-Chat beantwortet Sarah kürzlich die Frage, ziehst du zu deinem neuen Freund?" Die 27-Jährige verneinte dies und erklärte, sie wolle vor allem wegen Söhnchen Alessio in der Umgebung von Köln bleiben. Fans merken aber sofort, es bleibt wahrscheinlich, dass Julian und Sarah in eine gemeinsame Wohnung ins Rheinland ziehen. Julian ist schließlich erst Anfang des Jahres zum TOS-Haltern gewechselt, und Haltern am See ist nur etwa eine Autostunde von Köln entfernt. Was meint ihr? Also sehen wir einen菲 im Herring Das